Jo Leute, also von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön, dass wir jetzt die 50 Abos endlich geschafft haben. Ja, das war mein Ziel. Das war wirklich mein Ziel. Diese 50 Abonnenten. Das war mein Ziel. Und das hab ich dank euch, meinen Abonnenten zu verdanken. Auch ein riesen Dankeschön an die YouTube-Gruppe, die auf WhatsApp gerade so rumläuft. Auch ein riesen Dankeschön an alle, die mich abonniert haben. Können wir ja mal ein paar vorlesen. Ich lese jetzt... Ich lese jetzt mal gleich ein paar vor. Wo ist denn hier die YouTube-Gruppe? Also, ich bedanke mich auf jeden Fall. Auch bei meinem Kumpel Marvin. Denn tue ich mich auf jeden Fall auch bedanken bei Albin. Also, wenn er das guckt, dann weiß er, wer gemeint ist. Oh Nur, auch ein riesen Dankeschön an dich. Ich weiß, die haben mich auf jeden Fall abonniert. Grogi auch, Dankeschön. Also, ich finde das echt total toll. Dann haben wir noch die andere Gruppe. Die zweite WhatsApp-Gruppe. Da bedanke ich mich auf jeden Fall bei Enes, bei Grogi, bei Marvin, bei Mike, bei Raphael LP. Mike heißt übrigens... Ähm, wie heißt er nochmal? Ähm... Molentro. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeigucken. Dann bei Sebastian Hensch, bei... Funboy, Jake, Skinny, Raphael LP heißt der ja auch. Enes heißt Krake, Phone. Müsst ihr auf jeden Fall auch mal abchecken. Und auf jeden Fall bei Grogi. Ja, ich glaube, so heißt der auch. Und ja, das war's dann eigentlich auch. Erstmal von dem Video. Ich möchte auf jeden Fall mal Danke sagen. Und hoffentlich tut ihr auch unsere Videos weiterverfolgen. Mit so mit 20 bis 30 Aufrufen wäre ich immer ganz zufrieden. Auf jeden Fall. Und ja, das war's dann eigentlich auch mit dem... Was ist das denn hier für eine Scheiße? Entschuldigung. Und dann auf jeden Fall... Ich tue mich bei der YouTube-Gruppe von Albin und auch bei meiner bedanken, dass ihr mich alle abonniert habt. Und bedanken möchte ich mich halt bei jedem Einzelnen, der mich abonniert hat. Ich kann ja mal die Liste hier nochmal lang gehen. Wir fangen mal an. The Legendary Gamers. Falls ihr das Video guckt, Dankeschön. An LesmoTV, Dankeschön. Willem Hammann, bester Kumpel, auch Dankeschön. SideXLP bzw. Marc, auch Dankeschön. Auch ein Dankeschön an den André Krauer, a.k.a. Krauer Sau. Dann an Understand Gaming HD. An Max der Tod. Max der Tod, alles klar. Black, ach wie auch immer. Hier. Da. Hockeyplayer, The Dark Phoenix, Marvin Malke, Tasty Music, Pauli Poyer, Schillgamer YouTube. Ich weiß mal nicht, wer das ist, aber hier dann noch einer mit irgendwelchen komischen Namen, wie er sich genannt hat. Auf jeden Fall auch danke an jeden, der mich abonniert hat. Auch an AMX, an dener. Ne, nicht der Echte natürlich. Aber trotzdem danke, auch ein Riesen-Danke an Mr. LP, an Resolution Gaming TV, Molentro, Molentro, Max, Streaming TV, Crystal TV, Albin, Dominic, Necros Destroyer, Mimi Maus, mein alter Account, der gehackt wurde, an Cedric und auch an die 2 Minecraft Buddies. Auch auf jeden Fall, Mann, danke. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeigucken. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem kleinen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Tut auf jeden Fall uns bitte weiter so unterstützen. Und dann würde ich sagen, tschau!